Herzlich Willkommen zurück zu Vets Plane. Gucken wir mal hin. Auf hier. Und... Wie viele Orden hab ich jetzt, weil ich hab's leider nicht mehr aufgenommen. Ähm... Steht das gut? 5. So, was muss ich denn da jetzt machen? Ah, das nervt mich nicht immer. So... 6. Oh, du, wo war denn der? Ähm... Einfach auf die Karte gucken. Hm, hm. Wo ist es da rum? Ich hab keine Karte. Natürlich hab ich ne Karte! Gibt's ja keine Karte! Gibt's ja keine Karte! Ähm... So... Das ist weg. Gibt's ja bitte warten. Das nächste Orden! Ach, war der nicht tot! Nein, hier drinnen wurde. So, wenn wir hier irgendeinen Orden weg? Genau, genau! So... Dann schießt's da hin. Hm... So ist es nur raus, ne? Ach ne, es kann doch nichts fliegen. Das war's. Das war's. Dann... Das war's. Hier. 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 Da ist plötzlich halt hin. Hm? Da habe ich mich das letzte Mal hier hin gegangen. Achso, ich war ja gleich hier. Ja, wo wie der falschen Weg? Keine Ahnung, ne? Ja, wir sind ja. Ja, und sie ja. Naja. Das sind wir auch noch mal ausreißen. Genau, hier mal. Die sind nicht da. Ach nee. Gibt's denn Fliegen? Oh, da läuft's jetzt. Ich weiß nicht. Naja. Äh, auch nicht. Gut. Ist das wirklich länger was? Warte mal. Wie das? Keine Ahnung, ob ich das so gewöhnt hab. Los, 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 los. Okay. Ah, jetzt genau das schon noch aussehen. Ja. Meta-Rust-City. Warte Seite. Danke. So, jetzt muss ich gleich hier lang. Hups, hab ich den schon kaputt gemacht. Entschuldigung. Egal. So tot. Warte. So, jetzt sind wir schon noch ein bisschen. Ich weiß nicht, dass wir auch noch was. So, jetzt sind wir schon wieder, woher sieh. So, jetzt bin ich? So, jetzt sind wir gleich, woher sieh? So, jetzt sind wir noch zu sehen? Ja, lass mich. So, jetzt bin ich. Warum hat er eigentlich weiße Haare? Was soll das denn gut zu sein? Ach, ich weiß ja. Ja, ich bin letztes Mal am falschen Weg irgendwie gelaufen. Ist der Vater weiter fließ geworden? Mist. Komm, lass mich jetzt fliehen. Das war so ein kleines Kind, so ein Weg und zurück in die Noten schafft. Ich hätte ihn verloren. Aber nicht schnell, oder? Ja. Ja, aber klar. So. Jetzt bist du dran, oder? Ja, okay. Das war so... Das war grad total dumm. Hallo, was ist denn das? Der Teilklammer. Komm bitte, 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 bitte. Ja. Ah. Ähm. Hier und da. Oh, ich denke mir seh ich eigentlich schon zickzacks am Anfang, wenn es das Gehreste hier gibt. Gut. Ach, jetzt weiß ich, wo's fliegen geht. Jetzt weiß ich, wo's fliegen geht. Ja. Oh, bin ich da nicht schon dran vorbei? Keine Ahnung. Komm, 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 komm. Vielleicht ist das auch hier. Ne, fliegen kommt nach der Wetterstation. Na, immer gut. Und gleich mal der Erste. Erst von mir. Aber... Jetzt muss ich erst nach... ...Bomb-House-Itie, oder wie das heißt. Dann... ...müß ich weiter. Und da unten lang. Ne. Das gibt's jetzt. Es gibt's jetzt. Es gibt's jetzt. Wieso gleich? Mann. Ist das normal? Ist das nicht so normal? Egal. Und jetzt. Störb. 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 ... Komm, ich hab's gut. Nein! Oh man! Okay, jetzt kommt mir das Schlimmste raus. Eigentlich wollte ich es nicht tun, aber ich setze schon wieder mit dem Team ein, deswegen werde ich dich nicht treffen. Tööö. Ja. Wo ist denn Selekt? Oh Mann, wo ging das Blut? Oh, ich muss mich vergessen, dass alles geht. Selekt, ja. Wo ist denn, wo ist Selekt? Bist du immer? Also... Geh, Bobbi. Oh, Selekt? Ach, so ein Rotz. Mann! Ich will jetzt einfach nur hier rein und heilen. Hat dich irgendwie was aus dem Team getan? Wenn das so Schwachfug kommt. Schrei. 25. 25. Wow, das ist ja eigentlich schon gehalten. Mann, 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 Mann. Okay. So, da ist die Kokemoni schon mal drinnen. Das würde ich gar nicht servieren. Ah. Wo ist er? Wo ist er? Und unten ist wieder Schlüsseln. Also ich hab zwei. Ich hab nur zwei. Wann gibt denn keine zwei? Bei der Schwarzen, da gibt es zwei. Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich hab zwei. Wie ist das denn? Drei, vier. Werd ihr jetzt. Gut. Man. Aber jetzt als nichts. Jetzt. Wo geht's denn? Hältst du es nicht wahr? Weil... Im Gegensatz zu... Von hier weh. Verstaunerig. Hey. Na egal, gut. Ähm. Mobile Video? Nein, Mobile Video ist irgendwie so ein Vorteil. Bitte, ist das ein sehr effektiv gehabt? Ne, doch nicht. Geht mir egal. Ja, Unlust ist auch sehr effektiv aufs Geist. Aber kann doch etwas später dazu? Keine Ahnung. Jetzt geht's weiter. Irgendwas passiert irgendwo. Was machen wir jetzt? So, weiter. Na, raus. Mhm. So, jetzt stirb. STIRB! Dann stirb halt jetzt. Ehe, du bist vergiftet. Oh Mann, du hältst mich nicht. Die Tassen hier. Das ist doch doof, Mann. Günter. Ich darf nicht sterben. Günter. Ich darf nicht sterben. Natürlich. Ähm. Oh Mann. Was glaubst du? Weil es schlief, schließt sich jemand nach oben. Hi. Wie? Was macht denn das Kind hier? Ja, keine Ahnung. Ähm. 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 Warn mal. Hogi. Der Binks findet immer wirklich. Also, wenn ich gerade probiere, was daneben geht. Dann mache ich jetzt immer etwas probieren, was nicht daneben geht. Und das ist auch drauf, was ich vergessen habe. Gut. Hieee. Oh Gott, hat also unser Onderungsgeszeuges. Habe was. Super! Super! Nein, nicht Nachtnäbel! Nein! Sehr gut. Cool. Haha. Nachtnäbel! Na und! Geht an! Geht an! Geht's noch? Ja! Immer! Scheiße! Es ist noch in den Häusern geschehen kann! Wurden die irgendwas... Was wurden die damit eigentlich beworben? Genau wie das hier! Das ist ja ein Müll! Keine Ahnung! Hey, warum haben wir noch ein Pokémon geschenkt? Ja, das ist doch nicht gut! Warum hab ich eine Schmuggel hier reingesetzt? Mann! Boah, natürlich! Was gibt das eine Chance? Wie sieht man das? Gibt's schon schaffen! Laubflinge rein! Gut! Was klingt wahr nach? Oder so praktisch! Warum geh ich mir eigentlich nicht durch, was die einsetzen? Oh nein! Hauhaut! Wenn sie das endlich mal regeln würde! Also das... Dings war da! Das Knackleherm... Knackleherm... Ähm... Guck dir! Mori! Das... Das wird nichts mit Nachthebel! Komm jetzt! Ja! Komm raus! Das wird jetzt mit 27 Zeugen schregen! Wie soll das mit nichts mit 27 Zeugen schregen? Nein! Fast ruhig! 1... 2... 3... Wenn ich verwirrt... Ist mir egal... Ah Gott! Ist mir doch egal! Ähm... Fast ruhig! So, Kaniwana. Warum... was mach ich denn? Wir bereisen nicht. Song Yu gewinnt den Kampf. Und der, denn ist nicht frei. Geh ich erstmal heilen? Und passend nach dem Schlaf, sag ich. Tschüss und bis zum nächsten Part vom Displayverband Saphir.